Applaus Aus dem Ermittal abgereist sind Tabea Brunner von Langnau, Anna-Marie Scheer von Eier und Heinz Zauk von Langnau, die sie begleiten. Alle drei Musizierenden gehören zur bernischen Kantonalen J. Verband. Wir hören das Lied «Staunen» von Marie-Thérèse Volgolten. Geniessen wir es! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020